Herzlich Willkommen zu den 10 Ideen für den Unterricht mit LEGO Education StoryStarter. Mein Name ist Karin Schnier aus dem LEGO Education Team Deutschland und ich zeige Ihnen heute eine neue Möglichkeit StoryStarter für den Deutschunterricht einzusetzen. Bei der heutigen Idee steht nicht wie zuvor das kreative Schreiben im Vordergrund, sondern alltägliches Erzählen und sachliche Geschichten. Jede unserer Aktivität besteht aus einer szenischen Einführung, einer Bauphase und der Präsentation oder Dokumentation. Bei dieser Idee hat die szenische Einführung einen realen Bezug. In unserem Fall geht es um Archäologie. Sie können zum Einstieg einen Artikel aus einer Geografiezeitschrift wählen, eine Internetrecherche durchführen lassen oder vielleicht beziehen Sie sich auf einen Besuch im Stadtmuseum. Was auch immer gesucht wird, es ist etwas aus vergangenen Zeiten. In diesem Fall ein Schatz, es können auch Ruinen sein, vergrabene Scherben oder Stadtmauern. Als Orientierungen für die Bauphase können gut die berühmten W-Fragen dienen. Wo war der Schatz vergraben? Wer hat ihn gefunden? Wohin führen bestimmte Spuren? Und so weiter und so fort. Vielleicht lassen Sie die Schüler zuvor ein kleines Mindmap machen, schreiben die Fragen an eine Wand und lassen sie dann danach gezielt mit Hilfe der unterschiedlichen Bauelemente nachbauen. Auf einer Platte oder aber damit wir noch mehr erfahren, einer ausführlichen Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Für die Präsentations- und Dokumentationsphase kann man nun gut den realen Bezug aufgreifen und einen sachlichen Artikel verfassen. Und wie in der Realität wird ein sachlicher Artikel nicht per Hand geschrieben, sondern im Computer verfasst. Dafür haben wir die Story Visualizer Software und können dort, wie Sie schon oft gesehen haben, das Seitenformat wählen, die Schriftart wählen und vor allen Dingen die Details aus dem Modell wählen, die den Schülern wichtig sind. Sie machen wie gehabt Fotos mit der Webcam und dokumentieren dann mit der Story Visualizer Software entweder auf einem Laptop oder einem iPad. Mehr fertige Unterrichtsstunden zum Thema Alltägliches Erzählen, aber auch zu den Themen Geschichten bauen und erzählen, Geschichten nacherzählen und analysieren finden Sie in unseren Unterrichtsmaterialien. Eine Vorschau finden Sie unter www.legoeducation.de. Dort können Sie sich auch über die Lernziele informieren und sämtliche Ideen, die wir Ihnen hier vorstellen, downloaden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachbauen und vor allen Dingen viel Freude Ihnen und Ihren Schülern. Vielen Dank und bis zur nächsten Idee.